Wir sind Carry Me, das Akustik-Duo. Cindy und Michelle. Musik ist unsere große Leidenschaft. Wir lieben und leben die Musik. Unser Zuhause ist gleichzeitig unser Mittelpunkt. Es dreht sich bei uns alles um die Musik, denn auch in unserem hauseigenen Tonstudio lassen wir unserer Kreativität freien Lauf. Anfang jeden Jahres laden wir alle Brautpaare, die uns gebucht haben, zu uns ein. Und sie erhalten von uns ein ganz persönliches Beratungsgespräch zum musikalischen Ablauf ihrer Trauung, des Sektumfanges oder Abendprogramms. Wir spielen die Songs live vor und erlernen auch gerne eure Herzenslieder. Damit eure musikalische Begleitung für den besonderen Tag so persönlich, individuell und einzigartig wird, ganz auf euch und eure Wünsche abgestimmt. Es ist der Moment, der ganz besonders ist. Ich möchte ihn halten, einfach nur halten und nicht, dass er vergibt. Dieser Moment, der das Leben schöner macht. Und du bist mein Moment und die Zeit nicht still. Nach der romantischen Trauzeremonie begleiten wir noch gerne euren Sektumfang mit dezenter und sommerlicher Hintergrundmusik, um euch und eure Gäste stilgerecht zu empfangen und zu begleiten. Für ein besonderes musikalisches Ambiente. Weißt du noch, wie alles angefangen hat? Hm, 2005. Das war unsere erste Hochzeit bei Freunden damals. Stimmt. Lang ist es her. Und dann 2010 die erste Hochzeitsmesse. Und wir haben angefangen, auch Sektempfänger mitzugestalten. Und Abendveranstaltungen bis zur Überleitung zum DJ. Also ein bisschen Partystimmung auch. Und immer war uns das persönliche Gespräch mit den Hochzeitspaaren wichtig. Oh ja, weil in den Gesprächen, da finden sich erst die richtigen Songs, die wirklich wichtig sind für das Pärchen. Und nicht einfach nur die Standards. Und die ganz individuellen Wünsche. Und was für Wünsche wir schon hatten. Waren ganz, ganz viele ausgefallene Stücke. Oder auch im Dance-Bereich, die dann eine große Herausforderung und Aufgabe waren, die umzugestalten. In den Akustisch. Aber bisher hat alles immer gut funktioniert. Ja, wir haben es immer wieder umsetzen können. Und dann, wenn der große Tag kommt, passt es einfach. Aber ich bin immer noch bei jeder Hochzeit aufgeregt. Oh, ja. Ne? Also war es eine Freizeremonie oder so. Das ist immer spannend. Ja. Und aufregend. Und immer sehr emotional. Ja, das stimmt. Ja, manchmal schlägt das Herz bis zum Hals. Auch bei den ganzen Traumen, die wir begleiten. Ja. Und wenn dann die Braut reinkommt und ihr Mann das erste Mal sieht, dann ist es auch immer bei mir noch so ein richtiger Herzsprung. Oh, ja. Da bleibt auch manchmal mein Auge, die Traum. Und wenn ihr möchtet, dass wir eure Traum so persönlich als möglich musikalisch gestalten oder den Sektanfang, dann meldet euch bei uns. Du bist ja? Bis zum nächsten Mal.